Moin, mein Name ist Stefan und ihr seid auf meinem YouTube-Kanal Deep Orange. Heute möchte ich euch mein Elektrofahrrad vorstellen. Dies ist ein Elektrofahrrad von der Marke Rough Cycle und zwar das Lil Buddy. Es ist mit einem Bosch-Motor ausgerüstet. Das ist der Performance Line CX mit 85 Newtonmeter. Zur Reichweite sei zu sagen, jetzt sieht man hier, ich bin jetzt einen Kilometer gefahren. Die Reichweite wäre jetzt nur 36 Kilometer im Turbo. Im Sport wären es 41 Kilometer, im Tour-Modus wären es 48 Kilometer und im Eco-Modus wären es 74 Kilometer. Dies ist natürlich stark abhängig von eurer Fahrweise. Ich habe jetzt hier den 300A Akku verbaut und für meine Strecken, die ich cruse, reicht es eigentlich. Und wenn man sieht im Eco-Modus, wird man dann auch nochmal zur Not nach Hause kommen. Man muss halt nur ein bisschen mehr strampeln. Damit ihr euch eine Vorstellung über die Reichweite eures Lil Buddy machen könnt, stelle ich euch hier den Bosch E-Bike Reichweitenassistenten vor. Das Ganze spielen wir jetzt mal anhand meines Lil Buddys durch. Erstmal stellen wir hier den Fahrmodus auf Eco. 121 Kilometer hätten wir jetzt Reichweite. Jetzt müssen wir natürlich noch das Fahrgewicht anpassen. Das ist also Fahrer plus das Fahrrad. Das Lil Buddy wiegt ungefähr 25 Kilo. Die Trittfrequenz kann man eigentlich vernachlässigen. Da könnt ihr ein bisschen mit rumspielen, aber ich habe das nie richtig verstanden. Jetzt stellen wir das Fahrrad ein. Und zwar als erstes den Antrieb. Hier gibt es ja die verschiedenen Antriebsmotoren von Bosch. In meinem Fall ist das Lil Buddy jetzt mit dem Performance Line CX ausgestattet. Jetzt kann man noch auswählen, welches Software man drauf hat. Ob dann halt Sport oder E-Mountainbike in der Software eingestellt ist. Hier wählen wir jetzt den Akkupack aus. Powerpack 300 ist es in meinem Fall. Vom Radtyp gibt es das Lil Buddy nicht. Als Rad mit dem schlechtesten Wert nehmen wir das Stadtrad. Die Reifen, die 20 Zoll Reifen gibt es auch nicht. Auch hier nehmen wir dann die Mountainbike Reifen mit dem schlechtesten Wert. Hier können wir ein bisschen mit den Umweltbedingungen spielen. Wie ist die Geländeart? Wo fahren wir lang? Ist es flaches Gelände? Vereinzelt? Ansteigend? Hügelig? Wie ist der Untergrund? Schotter? Wald- und Feldwege? Asphaltierte Straße? Wie sind die Windbedingungen? Wo bin ich gerade unterwegs? Ist es windig? Bin ich an der Küste unterwegs, wo stürmisch ist, wo ich viel Gegenwind habe? Die Jahreszeit hat auch Auswirkungen auf die Reichweite. Hier kann ich einstellen, wie häufig ich anfahren muss, wie viel Ampelverkehr ich auf meiner Strecke habe. Je häufiger ich anfahren muss, umso geringer ist die Reichweite. Jetzt gehen wir mal die Fahrmodus durch. Eco, Tour sind das nur noch 45 Kilometer. Im Sportmodus wären es nur noch 38 Kilometer. Und im Turbomodus wären es nur noch 35 Kilometer. Und wenn ich dann auch dabei noch Vollspeed 25 Stundenkilometer geben möchte, wären es nur noch 26 Kilometer Reichweite. Mit ein bisschen Gegenwind dann nur noch 22 Kilometer Reichweite. Und so könnt ihr dann mit den ganzen Einstellungen mal spielen und herausfinden, was wäre der beste Akku für euch. Hinterher hat man nochmal hier eine Übersicht, was man alles eingestellt hat. Welchen Motor man eingestellt hat. Welches Powerpack. Welche Reifen, welches Fahrrad. Den Link zum Reichweitenassistent schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Die Sitzbank habe ich mir extra anfertigen lassen. Die Originalsitzbank fand ich etwas eintönig. Und ich denke mal, der orange Sportstreifen passt wunderbar zu diesem Fahrrad. Als Zubehör ist die Lichtanlage verbaut worden. Die Fender vorne und hinten sind verbaut worden. Und ich habe noch zweimal eine Sitzerhöhung hier drunter geschraubt. Bei meiner Größe von 1,82 kmh kommt mir das sehr zugute. In der Jeans habe ich eine Beinlänge von 34, 34er Beinlänge. So als Vergleich, wenn ihr euch fragt, was ihr so braucht. Ich kann für meine Größe zwei Stück nur empfehlen. Hier vorne habe ich eine kleine Tasche verbaut. Da passt das Nötigste rein, wenn man mal unterwegs ist. Eine Handyhalterung für die Beschallung unterwegs. Eine Bluetooth-Box von Tripit. Das Teil kommt richtig gut. Hat richtig schön Bass. Damit kann man während der Fahrt richtig schön die Fahrt genießen. Das Schloss habe ich hier an der Seite angebracht. Weil ich den Trinkhalter benutzen wollte, um wirklich eine Flasche Wasser transportieren zu können. Ich finde diese Position ideal. Sie stört nirgendwo. Ich komme sehr schnell dran. Es ist ziemlich gut zugänglich. Und schnell wieder zu verstauen. Zur Sicherheit habe ich hier eine elektrische Schelle verbaut. Damit mache ich mich immer bemerkbar. Jetzt demonstriere ich euch mal die Bluetooth-Box. Sie macht also ausreichend Lärm für die Fahrt. Man kann sie schön während der Fahrt regeln. Um mein Little Buddy gegen Diebstahl zu sichern, habe ich in der Tiefgarage einen Bodenanker installiert. Der Bodenanker ist mit zwei Metalldübeln im Betonboden der Tiefgarage fixiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.